Oh toll, tolle Leuchtfackel. Super, super Idee hier mit diesem scheiß Leuchtfackel. Ich werde es einfach mal schießen oder wollen wir gleich abhauen? Willkommen zurück meine Freunde, wir befinden uns in der Eiswüste. Hier ist leider die Temperatur ein bisschen ziemlich scheiße. Und hier unsere Anzeige fällt stetig. Ich würde sagen, lass uns auf den Marker gucken und los geht's. Scheiße, Mann sah mir die Position ein. Hast du einen Marker? Nein. Ja, so grob. Hier ist Feuer, aufwärmen, komm. Hier liegt was Leuchtendes. Bleiben Sie in der Nähe der Feuer. Hören Sie mich. Okay, hier kann man sich aufwärmen. Bleiben Sie in der Nähe der Feuer. Was? Alles klar. Okay, los geht's. Medipack gefunden. Weiter, weiter, komm. Zum nächsten Feuer. Ich habe hier keine Anzeige. Ihr müsst einfach den Feuer entlanglaufen. Scheiße. Zuerst wieder aufwärmen und weiter geht's, komm. Scheiß auf die Kiste. Oh fuck, Alter. Nicht scheiß auf die Kiste, da haben wir wieder nichts. Ich bin schon wieder am Feuer. Schön aufwärmen. So, jetzt müssen wir zum nächsten hier rüber. Okay. Alles easy. Herzlich willkommen. Und du laufst auch noch ohne Helm rum. Jetzt müssen wir uns nicht beeilen. Ich habe immer noch keinen Marker. Komm, lauf. Schneller. Scheiße. Oh fuck, Alter. Wenigstens kommt Feuer. Eeeh, Eeeh, Eeeh. Oh nein. Temperatur sinkt. Okay, alles cool. Oh fuck. Jetzt ist alles cool. Komm zu Feuer. Aufwärmen. Oh mein Gott, ey. Was für ein actiongeladenes Spiel. Das ist doch Wahnsinn. Hier ist nichts. Die andere Hälfte des Shuttles landete irgendwo hier. Bist du hinter mir? Ja. Da hinten ist wieder Feuer. Und Schneesturm. Temperatur fällt rapide. Okay, wollen wir? Warte, ich muss noch ein bisschen aufladen. So, los geht's. Oh Mann, ey. Wenn der scheiß Helm nicht kaputt wäre. Da geradeaus ist irgendwas. Ja, wir kommen her. Ah, außenrum, okay. Niemand hätte das überleben können. Hören Sie mir zu. Wer spricht da überhaupt mit uns, sag mal. Weiß ich nicht. Und du mit mir, glaube ich. Und ich rufe die ganze Zeit Ellie. Scheiße, Mann, ey. Temperatur fällt. Da vorne ist Feuer. Hab ich Ellie gefunden, oder was? Oh Gott, ich glaube, die lebt nicht mehr, ey. Ich habe leider so einen verkohlten Arm gesehen. Ja, ich glaube, die ist tot. Ach, war sie gar nicht. Ich muss mich mal ein bisschen aufladen. Oh, hier ist eine Videonachricht. Abspielen. Ja, spiel mal ab. Ich muss mich aufladen. Warten. Aha. Verbindet. Abspielen. Hier, guck mal, Ellie ist da. Okay, vier Leute liegen noch. Wir sind unterwegs, um uns kurz zu suchen. Aber ich hinterlasse dir eine Leuchtwolle Spur. Der Mann ist tot, Ellie. Komm jetzt. Warum denken die, dass wir tot sind? Sei auf dem. Komm, Benni. Wir müssen weiter. Hast du einen Wegmarker? Ich sagte doch, sie schafft's. Ah, hier sind überall Leuchtfackeln. Wir haben die Nachricht gehört. Okay. Den Leuchtfackeln nach. Oh mein Gott, ey. Oh, toll. Tolle Leuchtfackeln. Super. Super Idee hier mit diesen scheiß Leuchtfackeln. Ich werde es denn mal schießen, oder wollen wir gleich abhauen? Es ist weg. Ich sag's immer, ne? Wir sind definitiv nicht allein hier unten. Was ist das? Isaac, das Ding könnte überall sein. Aber ich muss hier entlang gekommen sein. Kommt sie, wir können der Pipeline folgen. Oh Mann. Scheiße, Mann, wir brauchen mal wieder Feuer, oder so. Oh, da hinten. Scheiße, wir müssen uns beeilen, wir müssen jetzt hier hoch. 30 Grad, ey. Was hält ein Mensch so aus? Temperaturmäßig, 29. Das ist so, geht noch ein bisschen was. Das hörst du auch an den Piepsen. Ja, so geht immer schneller. Das, was eigentlich unrealistisch ist, aber... Es müsste langsamer werden. Okay, hier geht's rein. Oh mein Gott. Wird's wärmer? Nö. Temperatur wird gehalten. Hier ist was. Hier kann man was spielen. Yay, spielen! Noch was? Dreh mal. Ja, will ich ja. Dreh du mal. Nochmal. Jetzt. Geht doch. Dreh weiter. Du musst das ankurbeln. Das ist ein Aggregat hier. Du musst die ganze Zeit... Was war das denn? F, oder nicht? Ja. Ja. Geh mal weg. Ah. Oh, scheiße. Das F, ich ist da draußen. Sammeln Munition. Das F, ich ist hier draußen an das Ding gegangen. Oh, Generator läuft. Oder? Jo. Ja, jetzt geht's hier weiter. Scheiße, es wird wieder kalt hier. Fahrstuhl ist an, super. Ali, bist du da? Mehr. Er ist da rein. Fuck der Scheißstrom ist noch nicht an, oder? haben die alte so langsam so ein bisschen komisch alles ein bisschen bewegen ich habe wenigstens ein helm auf der wenigstens einer andersrum andersrum ist also ich bin abblockiert ablockiert auf lauf lauf alles in ordnung ja ich glaube schon alles wir können nicht viel länger draußen bleib wir müssen weiter der pipeline weiter ich habe keine zeit wir müssen die koffer auf die der borde ja ich auch wir müssen die tür muss immer alles töten mann ich will nix töten ich habe scheiß zusammen okay ist bereits im töten nachladen okay hier ist eine leiter da müssen wir hoch ich bin nicht so aufregend hier unten bei dir sicher dass wir auf die leiter müssen keine ahnung aber hier gibt es munition und zwar jede menge ne hier ist nix sag ich ja scheiße mann der temperatur sinkt unnötig weder ok ready ja jetzt wird es ja langsam kritisch mit der temperatur ja so ein bisschen ja hier sind wir aber auf dem richtigen weg wir sind mal dieses halbieren und machen hier ich verreck gleich macht den generator an so ein sehr prima ist das so hingemacht weiter 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 kuh drücken kuh drücken ich hab kein kuh mehr richtig ja ist doch was so gibt es auch mal wer so viel wie geht und weiter geht es auch noch ein paar mal kuh hab ich doch so wo müssen wir denn jetzt hin keine ahnung sprinte aber da ist schon wieder sonnen ist das die die wieder aufwärtsstehen hier? ne ne diesmal nicht komm lass mal zurück aufwärmen wieder ne ja weiter komm jetzt ich wärme mich jetzt auf ist mir egal ich hab keine Bock zu verrecken da drauf ah es klappt komm oh man jetzt klappt es natürlich nicht mehr mein gott komm mach hin ey das ist unmöglich mit dir was bleibst du denn? den Fackel hinterher Mann 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 was ist das denn? hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir weiter so jetzt weiter komm da ist die nächste Fackel kuh drücken ja kuh hier rein das sind Viecher hinter dir oh scheiße scheiße komm rein hier Alter wir müssen gucken dass wir ins Warme kommen ah guck mal da ist einer ist das eine Deutschland Flagge? äh äh hol mich der Teufel wo sind denn die anderen? sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm äh wir haben Schneeanzüge gefunden aber es war nicht genug für alle also blieb ich zurück guck mal was denn das hier toll ist und im Keller könnten noch welche sein bisschen auf die andere Seite könnten der Aufzug ist wie Neber und von da unten kamen so Kratzgeräusche also haben wir na toll haben wir nicht nachgesehen Wackel ok hier du bist der Strommann mach den Strommann du bist der Strommann aber endlich mal auf dem Planeten diese Raumschiffe hier ist auch eine Bergbank ich geh da mal kurz dran naja ich hab nen Haufen Zeugs frei deswegen muss da kurz ran was ist denn das hier guck mal an ok wo gehst denn hier in den Keller runter sag mal wo wo bist du Benni da steht ja doch gemütlich an der Werkbank oh ok wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen wärme erzeugt vielleicht überlebt ja dann der Typ da aber so wie es aussieht ist er tot so ok nimm mal ein Zahnrad mit bitte ein Zahnrad ja die liegen da überall rum die brauchen wir um in den Keller zu kommen und dann wieder zurück zu der Leiche und dann wieder zurück zu der Leiche ich hole auch noch eins fach fach hier lang ok setzt du ein das Ding ja wenn du mir im Weg stehst geht's nicht ne ok warum nicht so meins ist drin ok soll ich noch irgendwo eins nö ja mir ist auch ein bisschen kalt muss ich sagen mir nicht so kaputt bin ich nicht drück mal Q du blutest ja voll hab ich schon hab ich schon hey Isaac was machen sie wenn sie alles verlieren was ihnen wichtig ist sagen sie es mir wann sind sie gearrscht Clark ja da bin ich der gearrschte dann können wir jetzt ja endlich mal rauskommen oder was hier drauf ja und zwar immer auf Fahrzeug drücken dass das Ding losfährt hast du sie gehört nö die Hafe des Sohns wir müssen Schluss machen Leute Willkommen meine Freunde Pass auf bis zum nächsten Mal dann bleibt doch einfach stehen ok alles klar wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal